Im heutigen Video müssen wir leider über etwas sehr Trauriges reden, was sowohl mich als auch meine ganze Familie betrifft. Respektive nicht nur meine Familie, sondern alle Leute, die nach Costa Rica auswandern wollen. Weil für die Zuschauer, die meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, die wissen ja, dass wir im Oktober 2021 nach Costa Rica ausgewandert sind. Und jetzt aktuell sind wir auf einer Weltreise, aber in zwei Monaten soll es ja wieder zurück nach Costa Rica gehen. Und dann wollten wir uns dort eigentlich längerfristig niederlassen. Wir wollten ein Haus kaufen, wir wollten dort unsere Familie vergrößern, wir wollten uns Haustiere anschaffen. Also wirklich jetzt das ganze Programm und uns da richtig schön das Leben genießen und uns dort unseren Lebensmittelpunkt einrichten. Tja, aber leider wurde uns jetzt ein richtig fetter Strich durch die Rechnung gemacht. Und zwar hat Costa Rica heute, respektive gestern war das glaube ich schon bekannt gegeben, dass sie umfangreiche Änderungen in Bezug auf die Ausländer einführen wollen. Ja, sie wollen ja wirklich neue Gesetze einführen. Und wir wären davon wirklich maximal betroffen und alle diese Änderungen sind komplett negativ. Und um das Ganze mal ein bisschen in konkrete Zahlen fassen zu können, eine konkrete Änderung ist, dass unser persönlicher Steuersatz um 30% nach oben gehen würde. Um 30%, ja, total krass. Und das ist natürlich ein absolutes No-Go. Lass mich dazu mal kurz erklären, was die Hintergründe dafür sind, weil in Costa Rica passiert nämlich gerade eine ganze Menge. Weil die letzten Regierungen in Costa Rica haben dafür gesorgt, dass das ganze Land komplett runtergewirtschaftet wurde. Und es gab auch bei dem letzten Regierungswechsel einen massiven Hackerangriff auf das ganze Finanz- und Gesundheitssystem. Und dadurch hatte der Staat massive Probleme, Geld einzunehmen, sowohl bei den Steuern als auch bei den ganzen Krankenkassenbeiträgen. Und deswegen ist halt der komplette Staatshaushalt von Costa Rica ins Negative abgerutscht, ja, in richtige Schieflage reingeraten. Und die haben halt große Probleme. Und deshalb ist Costa Rica jetzt auf internationale Hilfe angewiesen. Und diese Hilfen, die sollen halt in Form von Krediten kommen. Und diese Kredite kommen natürlich vom internationalen Währungsfonds. Das Problem ist, diese Kredite gibt es natürlich nicht zum Nulltarif. Und jetzt könnte man sagen, ja, natürlich, man muss auch Zinsen dafür zahlen. Richtig. Aber man muss nicht nur Zinsen dafür bezahlen, sondern es werden daran auch politische Restriktionen geknüpft. Weil gerade die EU, ja, die ja einen großen Anteil an dem internationalen Währungsfonds hat, die macht jetzt massiv Druck, dass Costa Rica diese Kredite, die sie dringend brauchen, jetzt nur bekommen, wenn sie gleichzeitig auch massiv die Steuern im eigenen Land erhöhen und wenn sie komplett alle steuerlichen Privilegien abbeschaffen. Also, anstatt sich quasi nur mit den Krediten zufriedenzugeben, will die EU jetzt durchsetzen, dass Costa Rica in Zukunft kein Steuerparadies mehr ist, sondern dass sie ihr eigenes System der Territorialbesteuerung abschaffen. Weil bisher waren nämlich Einkünfte aus dem Ausland nach diesem Territorialsteuerprinzip in Costa Rica steuerfrei. Also alles, was du im Ausland verdient hattest, musst du in Costa Rica nicht versteuern. Nur, was du dort im Inland verdienst, das musst du versteuern. Und das soll jetzt in Zukunft abgeschafft werden. Es soll jetzt das sogenannte Welteinkommensprinzip eingeführt werden. Also das, was wir auch in Europa haben. Und damit gehen natürlich Steuersätze von 10 bis 30 Prozent einher. Und da ich natürlich mit meinem Einkommen sofort in den Spitzensteuersatz reinfalle, hätte ich quasi einen Anstieg von 0 Prozent auf 30 Prozent, zuzüglich den ganzen Sozialausgaben, Krankenkasse und so weiter und so fort, womit ich dann in ähnliche Sphären käme, wie wir es bereits in Deutschland haben, aber bei einer deutlich schlechteren Infrastruktur. Und deswegen, ich finde es jetzt richtig mies, dass sich Costa Rica so von der EU erpressen lässt und ihr wirklich tolles und schönes Steuersystem abschafft. Und viele Menschen leben ja gerade wegen den steuerlichen Anreizen in Costa Rica. Und die werden jetzt alle reihenweise das Land verlassen. Und damit schießt sich Costa Rica wirklich ins eigene Bein. Und für uns muss ich jetzt sagen, damit ist auch unser Traum von Costa Rica geplatzt, weil wir haben uns ja den Ort ausgesucht auf der Welt, wo wir sagen, das hat so das beste Gesamtpaket, das beste Komplettpaket. Und das war nun mal Costa Rica. Und damit war es halt unser Traumland. Weil als wir 2021 hier aus Deutschland nach Costa Rica gegangen sind, hatten wir ja vor allen Dingen drei große Gründe. Erstens sind wir ausgewandert wegen der damals ja schlimmen Politik und Stimmung in Deutschland. Ja, allen voran der ganze Corona-Mist. In Costa Rica war das deutlich entspannter und auch deutlich freier. Das war wirklich ein Grund. Dann natürlich der zweite Grund für das Auswand nach Costa Rica war das wunderschöne Klima. Dort ist es immer warm und natürlich die atemberaubende Natur. Ja, das ist wirklich sensationell in Costa Rica. Und der dritte Grund, ganz klar, war natürlich auch das tolle Steuersystem, was wir in Costa Rica haben. Aber gerade der dritte Grund, ja, der fällt jetzt einfach komplett weg. Und deswegen stimmt einfach dieses Gesamtpaket nicht mehr. Und deswegen müssen wir uns jetzt nach einem neuen Ort umschauen. Und zum Glück, muss man jetzt mittlerweile sagen, haben wir ja dieses Jahr unsere Weltreise gemacht und haben uns schon nach Alternativen umgeschaut, welche sich halt nicht von der EU und von dem internationalen Währungsfonds erpressen lassen. Und deswegen haben wir diese Nachricht heute, ja, auf der einen Seite natürlich sehr, sehr traurig aufgenommen. Wir waren erst mal geschockt über das, was da jetzt in Costa Rica passiert. Aber auf der anderen Seite müssen wir sagen, sind wir zum Glück auch so flexibel, um uns nach Alternativen umschauen zu können. Und deswegen habe ich vorhin mit meiner Frau immer darüber gesprochen, was wir jetzt machen werden. Und zwar werden wir jetzt Folgendes machen. Ich meine, wir haben ja unsere ganzen Flüge und auch Unterhäuser und so weiter alle schon gebucht in Costa Rica. Und das werden wir jetzt auch nicht mehr stornieren. Wir werden erst mal rüberfliegen und uns jetzt so gemütlich einrichten, wie es nur irgendwie geht. Ja, aber wir werden dort nichts mehr kaufen. Also wir hatten ja vor, uns ein richtig schönes Haus zu kaufen in Costa Rica, eine schöne Villa irgendwo am Strand. Aber das können wir jetzt natürlich komplett knicken. Das werden wir nicht mehr machen. Wir werden einfach da hinfliegen, wir werden uns was mieten und dann werden wir uns mal anschauen, wie sich die Lage entwickelt. Weil bisher ist dieses Vorhaben, was die jetzt ja machen wollen in Costa Rica, noch nicht in Stein gemeißelt. Das Gesetz muss jetzt quasi noch abgestimmt werden. Das muss auch durch das Parlament gehen, wie es ja in jedem Land so ist. Und eventuell, ich hoffe es wirklich, passiert ja genau das gleiche wie damals mit der Impfpflicht. Costa Rica war ja das erste Land auf der Welt, was damals die Impfpflicht quasi beschlossen hat. Aber sie haben sie nur beschlossen. Die Impfpflicht wurde nie eingeführt. Sie wurde immer wieder ausgesetzt. Sie wurde pausiert. Und nach zwei Jahren wurde sie sogar komplett storniert. Und ich hoffe einfach, dass genau das gleiche mit diesem Steuergesetz auch passiert. Dass man jetzt große Ankündigungen macht, aber das Ganze am Ende nicht umsetzt und sich irgendwie noch anders retten kann. Das wäre natürlich spitze. Und das Ganze wollen wir mal abwarten. Und selbst wenn das Ganze umgesetzt wird, auch dann wird es noch ein Weilchen dauern. Das kommt ja nicht von heute auf morgen. Das wird auch nicht in einem Jahr kommen, sondern das dauert ein kleines bisschen länger. Also es kann gut sein, dass das dann erst im Jahr 2025 kommt, im Jahr 2026 kommt oder vielleicht noch später. Und deswegen, wir werden das Ganze dann ja früh genug erfahren, ab wann das in Kraft tritt. Und wenn die zum Beispiel sagen, das tritt ab dem 1. Januar 2026 in Kraft, dann können wir ja im Dezember 2025 unsere Segel streichen, also quasi einen Monat vorher und dann immer noch woanders hingehen. Und deswegen, wir bleiben jetzt einfach unglaublich flexibel. Wir behalten einfach im Hintergrund, dass wir nicht dort länger bleiben können. Wir verzichten auf unseren Traum, uns dort ein schönes Haus zu kaufen, wo wir uns wirklich fest niederlassen. Sondern wir bleiben einfach flexibel und werden im Zweifel die Reißleine ziehen. Und nicht desto trotz ist es wirklich schade, weil wir hatten uns wirklich schon darauf gefreut. Und wir haben uns auch immer richtig, richtig wohl in Costa Rica gefühlt. Vor allen Dingen, weil wir dort ja auch Familie haben. Und alles Geld, was wir jetzt ja dort immer sparen konnten, weil wir dort halt keine Steuern bezahlt haben, das haben wir ja trotzdem immer in das Land gesteckt und dort investiert, ja. Wir haben viel Geld ausgegeben für eine Privatschule, ja. Wir haben viel Geld ausgegeben für Privatkliniken. Wir haben viel Geld ausgegeben für unzählige Restaurantbesuche, Freizeitaktivitäten, Nationalparks, ja. Wir sind auf die lokalen Bauernhöfe gefahren, haben uns dort oder auf die Fruchtmärkte und so weiter, haben uns dort immer, ja, für teures Geld wirklich immer das frische Obst und Gemüse geholt, ja. Wir haben auch Geld gespendet an die lokalen Schulen. Also wir haben sowieso das Geld, was wir sparen konnten, dort immer reingesteckt. Das Geld ist sowieso in dem Land geblieben. Aber immer dort, wo wir es halt gezielt wollten und nicht über irgendein anonymes Steuersystem, was die pauschal mal 30 Prozent abknüpft. Also das ist wirklich sehr, sehr schade. Und nicht nur, dass sie das einführen wollen, ist das schade, sondern es ist wirklich auch schade, dass sich einfach Costa Rica, wie gesagt, jetzt von der EU erpressen will, lässt her, respektive, dass die EU Costa Rica erpressen will, diese fetten 30 Prozent Zwangssteuern einzuführen. Ja, ich meine, mit 10 Prozent oder sowas, damit könnte man sich noch arrangieren. Ja, aber 30 Prozent finde ich persönlich jetzt einfach viel zu viel und darauf habe ich keine Lust. Vor allen Dingen, weil es noch viele andere Länder im internationalen Vergleich gibt, die das deutlich besser handhaben. Ja, und die dann für uns deutlich attraktiver sind. Also auf der einen Seite ist es für uns wirklich traurig, weil Costa Rica ist wirklich ein wundervolles Land. Ja, jetzt mal abgesehen von diesen Steuersachen, die da passieren sollen. Aber auf der anderen Seite sind wir wirklich flexibel und wir werden dann dahin gehen, wo man uns willkommen heißt. Und wir haben auch schon so ein paar Ideen auf dem Zettel, wo wir als nächstes hin könnten, wenn es so weit kommt. Also wenn das wirklich eingeführt wird. Und ich werde euch dann auch natürlich auf dem Laufenden halten. Spontan würde ich jetzt zum Beispiel sagen, jetzt mal von dem, was wir von unserer letzten Weltreise gesehen haben, Koh Samui in Thailand. Da hat es uns richtig gut gefallen. Das hat auch eine gute Infrastruktur. Und die haben auch so eine Art Territorialbesteuerung. Allerdings mit so einem rollierenden System, was über ein Jahr geht. Und das kommt hinzu, die haben sich jetzt zusätzlich dieses Jahr aus dem Finanzkontrollsystem der deutschen Finanzämter ausgestiegen. Also Thailand meldet ab diesem Jahr keine Konten mehr nach Deutschland. Und auch das ist ein sehr gutes Indiz dafür, dass Thailand einfach nichts mit diesen ganzen Plänen vom World Economic Forum und diesen Zukunftsplänen zu tun haben will. Und das ist eigentlich ein Indiz, dass es dort in die richtige Richtung geht. Wir schauen mal, wo es jetzt hingeht. Vor allen Dingen, wenn wir ja in Costa Rica sind, dann gibt es ja auch noch ganz viele andere Länder in Mittelamerika, aber auch in Südamerika, die wir selber noch nicht kennen und die wir gerne auch besuchen können. Aber ich persönlich kenne auch nur vier Länder unten. Ich war ja in Kolumbien, Venezuela, Peru und Costa Rica. Alle anderen Länder kenne ich ja auch noch nicht. Und dort gibt es natürlich auch noch sehr, sehr viele Optionen, die sehr interessant sind. Und vielleicht machen wir ja noch eine zweite Weltreise halt auf dem amerikanischen Kontinent. Aber so oder so, egal was wir jetzt machen werden, wir werden euch natürlich auf dem Lauf enthalten. Ich werde weitere Videos dazu für euch machen, welche vor allen Dingen ja für die unter euch sehr wichtig sind, die ebenfalls übers Auswandern nachdenken. Aber natürlich auch für alle anderen, die gerne immer wissen wollen, wo wir uns rumtreiben und wie es uns so geht. Also, das war es mal wieder mit einem kleinen persönlichen Update von uns. Diesmal leider ein bisschen traurig und ich hoffe, dass es beim nächsten persönlichen Update wieder deutlich besser geht und wir wieder positive Nachrichten zu berichten haben. Also bis denn, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und haltet die Ohren steif.